Mach's gut. Sei zum Essen zu Hause. Hab dich lieb. Guten Morgen, Mr. Feeding. Guten Morgen, Catherine. Und hier sind ihre Töchter. Angela und Catherine. Das war vor sieben Stunden. Ist die letzte Information, die wir haben. Catherine! Angela! Falls du das hörst, wir lieben dich. Komm bitte nach Hause. Hey, haben sie sie gefunden? Was habt ihr da draußen im Wald gemacht? Wir sind nur gelaufen und gelaufen. An mir erinnere ich mich nicht. Angela, kannst du deinem Dad sagen, wie lange du weg warst? Ein paar Stunden. Baby, du warst drei Tage weg. Was hast du gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Ich habe dich etwas sagen, Herr. Hey, Baby. Alles okay? Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht. Der Leib und das Blut Jesu Christi. Der Leib und das Blut? Der Leib und das Blut? Catherine, der Leib und das Blut? Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut! Catherine, der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut! Haben Sie jemals so etwas gesehen? Mami? Nein, aber da draußen gibt es Menschen, die das erlebt haben. Haben Sie Erfahrung mit Besessenheit? Ja, mehr als Billy bist. Ich glaube, Sie können helfen, unsere Mädchen zurückzuholen. Exorzismus ist ein Ritual. Jede Kultur, jede Religion. Alle nutzen verschiedene Methoden. Alle werden nötig sein. Ich habe keine Angst. Wir sind uns schon mal begegnet. Mutter. Mutter, bitte mach, dass es aufhört! Das tut weh, nein! Mutter, bitte! Was hast du getan? Mutter, es ist aufhört! Trapf! 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 Ist das... ...Cathrains Herzschlag? Trapf! Die beiden schlagen sie Kronen. Dein... ...Gott... ...hat dich... ...betrugen! ...Gottf! Trapf! 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 Vielen Dank.